Im Büro Bestellungen annehmen, in der Werkstatt Reifen wechseln, im Labor lernen, was die Schokolade so lecker macht. Beim Schulferien-Firmentag können jedes Jahr Schüler in ihren Traumjob reinschnuppern, egal ob im Autohaus oder in der Schokoladenfabrik. Den gibt es jetzt schon seit nunmehr zwölf Jahren, ist also auch ein sehr erfolgreiches Instrument. Über 3000 Schüler haben da schon dran teilgenommen, haben in 142 Unternehmen reingeschnuppert und ist natürlich für uns auch deswegen interessant, weil wir junge Menschen im Landkreis halten wollen, das damit auch sehr erfolgreich tun. Und wir senken auch die Ausbilderabbrecherquote, das ist auch ein ganz schöner Nebeneffekt. Das Landratsamt macht's möglich, hier laufen die Fäden zusammen. Momentan läuft die Akquise für die Sommerferien, Unternehmen können sich noch anmelden. Und was haben die davon? Die Unternehmen haben davon eben die Fachkräfte schon mal, also Fachkräfte zu gewinnen für sich, für Unternehmen. Die Schülerinnen und Schüler aber auch schon mal ein bisschen kennenzulernen. Das ist ja auch vielleicht ab und an schon mal interessant, wenn auch relativ frühzeitig. Die können ab 14 schon teilnehmen, aber sie sehen schon den einen oder anderen Kandidaten, der sich dann später vielleicht auch mal bewirbt. Ich habe jetzt keine Zahlen darüber, aber es gibt so einzelne Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich dann auch bei einzelnen Unternehmen dann später auch dann angefangen haben und da dann also auch übernommen worden sind, Ausbildungsverhältnis. Insofern ist das eine ganz schöne und erfolgreiche Geschichte. Die teilnehmenden Firmen müssen weder Weltkonzerne sein, noch sonst irgendwelchen besonderen Voraussetzungen erfüllen. Nur eines ist wichtig, dass die Schüler auch etwas lernen können. Es ist jetzt natürlich auch nicht so praktisch, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen und bin den ganzen Tag unterwegs auf irgendwelche Aufträge, die ich erfülle. Dann wird es erfahrungsgemäß relativ schwierig, den Schüler oder die Schülerin dann auch diesen Tag über zu betreuen. Deswegen ist es schon ganz relevant zu gucken, kann ich das mit meinen Kapazitäten darstellen und diesen Tag auch sinnvoll und gut für Schülerinnen oder Schüler und auch für mich selbst als Unternehmer ausgestalten. Bis zum 4. Mai läuft die Anmeldefrist für Unternehmen. Unter www.firmentag.de können Sie sich online anmelden und auch Praktikumstellen bewerben und sich so vielleicht die ein oder andere künftige Fachkraft schon in diesen Sommerferien sichern.